Hallo, willkommen heute zu Was ist ein PTC oder auch Kaltleiter genannt? Das erfüllen wir jetzt in diesem Video. Also, Kaltleiter sind grundsätzlich Halbleiterwiderstände, die temperaturabhängig sind. Kaltleiter haben einen positiven Temperaturkoeffizient und darum heißen sie auch PTC, also positive temperature coefficient. Diese PTCs sind endotiert. Wer noch nicht genau weiß, was dotieren bedeutet, jetzt oben auf jeden Fall rechts verlinkt. Das heißt eben, dass die Elektronen hier leicht beweglich sind und wenn sie an einer Stromquelle angeschlossen sind, bewegen sich die freien Valenz-Elektronen zum Pluspunkt und bewirken die elektrische Leitfähigkeit. Nahezu alle Metalle sind Kaltleiter, by the way, da sie bei niedrigen Temperaturen eben besser leiten. Das Diagramm, was ich hier aufgezeichnet habe, ist vom B59011, das ist einfach ein PTC als Beispiel. Und dieses Diagramm beschreibt eben jetzt den Widerstandsverlauf inabhängig von der Temperatur. Man sieht, in diesem Fall geht es bei steigender Temperatur zunächst einmal nach unten vom Widerstandswert und danach fängt das Ganze zu steigen an. Mittendrin ungefähr haben wir hier einen annähernd linearen Bereich, da wird das Ganze dann auch am ehesten verwendet, da die Zusammenhänge somit klarer definiert sind. Ein Schaltzeichen noch zum Schluss ist rechts oben hier dieses aufgezeichnet, einfach ein Widerstand wie so ein Strichdurch und zwei Pfeile nach oben. Und dann noch kurz zu den Anwendungen. Also Anwendung findet das Ganze in Flüssigkeitsniveau fühlen, wo eben die Flüssigkeit den eigenerwärmten PTC abkühlt. Dann noch in Temperaturregelungen für Heizungen und Leistungs-PTCs werden zum Schutz gegen Überstrom alternativ zur Schmelzsicherung eingesetzt. Vorteil ist hier eben, dass Leistungs-PTCs reversibel sind. Uns nochmal auf den Punkt zu bringen, ein PTC oder auch Kalleiter genannt, hat bei einer steigenden Temperatur einen höheren Widerstandswert als bei einer niedrigeren Temperatur. Wer jetzt noch interessiert ist, was ein NTC ist, auf jeden Fall ausschicken, in der Videobeschreibung verlinkt, bei Fragen gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch alles Gute, haut rein und ciao.